Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Kapitel aus dem Fotografieren für Anfängerkurs. Heute geht es um den ISO-Wert, eine der drei Grundsäulen der Fotografie. Was ist der ISO-Wert? Was macht er? Und wofür kann man ihn gut gebrauchen? All das erzähle ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Die Blende und die Verschlusszeit beeinträchtigen die Belichtung deines Fotos. Beim ISO-Wert ist es ein bisschen anders. Früher, zu analogen Zeiten der Fotografie, hat der ISO-Wert die Empfindlichkeit des Films angegeben. Jetzt in den digitalen Zeiten ist das ein bisschen anders. Hier kann man quasi die Empfindlichkeit des Sensors verstellen, wobei das nicht ganz richtig ist, wenn man es technisch genau sieht. Es geht eigentlich nur darum, dass du digital dein Bild mit dem ISO-Wert aufhellen kannst. Mit der Belichtung des Bildes hat das allerdings physikalisch gesehen zumindest nichts zu tun. Es ist ein digitales Werkzeug, womit du deine Helligkeit im Bild verstärken kannst. Aber ganz wichtig an dieser Stelle, nicht die Belichtung, sondern die Helligkeit. Das ist, wie gesagt, an dieser Stelle ganz wichtig, diesen Unterschied zu kennen. Wir werden wieder fünf Jahre разные Jugendhaft ausprobiert und die Höhe gemacht haben. Jetzt gehen die viele Stunden in der VideospCs. Bis zum nächsten Mal. ånd dann. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren. Duibbrauch. Dann geht auch an der ÜberRNA masturbation. **Body Посsound. Erhöht man also den ISO-Wert, wird das Bild heller. Wenn du den ISO-Wert verdoppelst, dann kannst du die Verschlusszeit zum Beispiel dahingehend halbieren. Das hat ja einen großen Vorteil, denn wie du jetzt vielleicht schon mitbekommen hast, vielleicht sieht man es auch an der Videoqualität, wir mussten auch jetzt an der Videokamera den ISO-Wert nach oben drehen, weil gerade eben Sonnenuntergang war. Jetzt fängt die blaue Stunde bald an und es wird dunkler. Wir haben weniger Umgebungslicht und das bedeutet, dass wir irgendwann die Blende weiter öffnen müssen, die Verschlusszeit weiter verlängern müssen. Und irgendwann ist es natürlich auch wieder so, dass man, wenn man die Verschlusszeit zu lang macht und ich aus der Hand jetzt ein Foto machen möchte, dass die dann einfach zu lang wird. Und dann würde das Bild unscharf werden, wegen der Bewegungsunschärfe, allein schon, was ich hier mit der Kamera mache. Deswegen kommt irgendwann der ISO-Wert zum Tragen und macht das Bild halt heller. Und jetzt fragst du dich vielleicht, naja, wenn der ISO-Wert, wenn der das einfach das Bild heller macht, dann kann man ihn ja einfach immer richtig schön weit nach oben drehen. Dem ist aber nicht ganz so, denn auch der ISO-Wert hat noch einen zweiten Parameter, den das Foto beeinflusst und das ist das Bildrauschen. Und Bildrauschen ist meistens nicht ganz so cool, denn wenn wir Bildrauschen bekommen, natürlich auf der einen Seite wird das Bild irgendwo ein bisschen körniger. Es bringt aber auch noch andere Nachteile mit sich, denn der sogenannte Dynamikumfang wird kleiner, die Bildqualität wird schlechter und auch die Farbwiedergabe ist nicht mehr ganz so originalgetreu. Dementsprechend insgesamt haben wir dadurch weniger Möglichkeiten in der Bildbearbeitung, weil halt, wie gesagt, zum Beispiel die Farbwiedergabe nicht mehr wirklich treu ist. Das wiederum ist also ein großer Nachteil und deswegen sollte man den ISO-Wert, sagt man, wenn man ein perfektes Bild technisch hinbekommen möchte, immer so gering wie möglich halten. Der ISO-Wert ist also etwas, was man zum Schluss, also nachdem man Blende und Verschlusszeit eingestellt hat, dann noch einsetzen sollte, wenn man es denn muss. So wie jetzt in diesem Fall, wenn das Umgebungslicht also einfach ein bisschen weniger vorhanden ist. Ich vergleiche den ISO-Wert immer so ein bisschen auch mit einem Mikrofon, denn auch ein Mikrofon kann man ja digital verstärken. Wenn du zum Beispiel einfach nur in ein Mikrofon flüsterst, so jetzt ganz leise sprechen, dann muss man entsprechend den Pegel vom Mikrofon höher drehen. Und genauso ist es eigentlich beim ISO-Wert auch. Wenn also das Umgebungslicht sehr, sehr wenig ist, dann muss man das Signal quasi verstärken, mehr oder weniger, und dementsprechend den ISO-Wert nach oben drehen. Das Problem ist dabei, wenn ich jetzt diesen Pegel am Mikrofon sehr, sehr hoch drehen würde, dann würde man entsprechend halt auch keine gute Qualität im Audio mehr haben. Du würdest ganz viele Umgebungsgeräusche noch mithören, die man normalerweise ausblenden würde. Und genauso ist es dann halt auch beim Bildrauschen. Man bekommt halt sehr viele störende Elemente mit ins Bild rein. Übrigens mal nebenbei gesagt, das Bildrauschen, wovon ich schon gesprochen habe, siehst du immer zuerst in den dunklen Stellen deines Fotos. Und gerade wenn du die dann vielleicht in der Bildbearbeitung noch etwas aufhellen möchtest, dann fängt das Bild dort als erstes an zu rauschen. Während in den hellen Bildbereichen, dort siehst du Bildrauschen eigentlich relativ wenig, beziehungsweise wirklich erst, ja, wenn du das wirklich richtig stark einsetzt, diesen ISO-Wert. Aber die dunklen Bildbereiche sind davon immer als erstes betroffen. Jede Kamera hat einen sogenannten nativen ISO-Wert. Das ist also der Basis-ISO-Wert, quasi der geringste ISO-Wert, den man in der Kamera einstellen kann. Und da bekommst du dann entsprechend auch das beste Bildergebnis, beziehungsweise die beste Bildqualität. In meinem Fall jetzt hier ist zum Beispiel der native ISO-Wert ISO 64. Bei ganz vielen Kameras ist es auch ISO 100. Da kannst du einfach mal bei deiner Kamera gucken, was der niedrigste ISO-Wert ist. Andersherum kannst du den ISO-Wert entweder manuell einstellen. Du kannst aber auch der Kamera sagen, sie soll das automatisch tun. Und dann bestimmt die Kamera immer automatisch, je nachdem, wie die Lichtsituation ist, welchen ISO-Wert sie dann quasi benutzt. Da kannst du das Ganze auch quasi nach oben hin deckeln. Du kannst also in deinem Kameramenü einstellen, dass dieser ISO-Wert zum Beispiel nicht ISO 3200 überschreiten soll, weil sonst das Bildrauschen einfach zu stark wird. Übrigens hat jede Kamera auch ein eigenes Rauschprofil. Rauschprofil bedeutet, manche Kameras rauschen bei ISO 3200 schon sehr viel mehr als andere Kameras. Die aktuellen Kameras, die wären natürlich immer besser in dem Rauschverhalten. Dementsprechend sind die dann meistens etwas besser. Und wenn du dir ältere Kameras anguckst, da ist ISO 3200 schon absolutes No-Go. Also da solltest du einfach mal immer gucken, wie deine Kamera vom Rauschverhalten her ist. Und schau dir einfach mal an, wie weit du mit deiner Kamera gehen kannst mit dem ISO-Wert, bevor es für dich selber störend wird in der Bildbearbeitung oder im Endergebnis deines Fotos dann am Ende. Jetzt fragst du dich vielleicht noch, welchen ISO-Wert sollst du denn in welcher Situation überhaupt verwenden? Naja, wenn du sehr viel Umgebungslicht hast, wie zum Beispiel bei Sonnenlicht, dann kannst du den ISO-Wert wirklich sehr gering halten. Genauso, wenn du mit einem Stativ fotografierst und quasi die Belichtungszeit egal ist, dann kannst du natürlich auch immer die Belichtungszeit verlängern und kannst den ISO-Wert immer so gering wie möglich halten. Das könnte ich jetzt hier, wenn ich ein Stativ benutze, auch sehr gut machen. Da kann ich immer noch mit einem ganz geringen ISO-Wert fotografieren und gleichzeitig aber die Verschlusszeit einfach verlängern. Wenn du aber in dunklen Räumen bist, wenig Umgebungslicht hast, so wie jetzt hier, und ich habe kein Stativ dabei, dann musst du mit dem ISO-Wert entsprechend höher gehen. Genauso könnte das auch bei der Sportfotografie sein. Da brauchst du ja eine sehr kurze Verschlusszeit und da muss man wahrscheinlich dann auch mit den ISO-Werten immer ein bisschen höher gehen. Also das kommt immer sehr auf die Lichtsituation an, die quasi vorherrscht. Und ob du mit einem Stativ arbeiten kannst oder die Kamera irgendwie anders noch stabilisieren kannst, wenn du wirklich aus der Hand fotografierst, dann muss man wahrscheinlich den ISO-Wert immer ein bisschen höher drehen. Und da gilt es jetzt einfach die Balance zu finden. Wie hoch muss ich den ISO-Wert wirklich drehen und wie viel kann ich auch durch Blende und Verschlusszeit? Und da ist jetzt für dich deine Aufgabe, als nächstes nach diesem Video rauszugehen mit der Kamera und auszuprobieren. Erstens mal, wie hoch kannst du den ISO-Wert drehen, ohne dass es störend wird? Gerade tagsüber, wenn du viel Umgehungslicht hast, kannst du den ISO-Wert auch mal höher drehen, ohne dass man das gleich sieht. Weil wie gesagt, nur in den dunklen Stellen des Bildes sieht man das Bildrauschen sehr schnell. Und gleichzeitig probiere es aber auch mal bei solchen Situationen aus, in der blauen Stunde. Wie schnell wird da deine Kamera anfangen zu rauschen und wie weit kannst du den ISO-Wert nach oben drehen? Das probiere mal jetzt aus. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Lektion wieder. Bis dann!